Moin Leute, wir haben jetzt hier gleich den Andreas Bruckschlögel im Startup-Taxi sitzen. Andreas ist Gründer von Ride und Bits & Pretzels und da interessiert mich besonders, wie kriegt ihr das beides unter einem Hut? Bits & Pretzels ist aus dem Weißwurst-Frühstück entstanden, in ziemlich kleiner Runde, wurde dann immer größer. Dann kam der Gedanke auf, da mehr draus zu machen, da ist Bits & Pretzels entstanden. Im letzten Jahr waren 5000 Leute da. Stefan Raab hat das Ganze eröffnet und warum Andreas mit Bits & Pretzels gestartet ist und was das für ihn bedeutet, das erfahren wir jetzt hier im Taxi. Moin Andreas! Hi, grüß dich! Hast du gerade Moin gesagt? Ja, fass mich an! Mir ist schlecht, mir ist schlecht. Eigentlich dachte ich, du kommst hier mit einem Servus rein hier. Stimmt. Das hätte ja auch passieren können. Das ist uns hier am Norden gleich sympathisch, weißt du? Ja, da kannst du eigentlich nichts verkehrt machen. Sehr gut, Eben. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Und dir? Auch. Ich hab dich ja das letzte Mal auf der großen Bühne gesehen. Ach, warst du auf dem Pits & Pretzels? Ja, ja, na klar. Sehr cool. Und du bist ein Franke, ne? Das ist ja dieses Bayern und Franken, das nehmt ihr schon sehr ernst, oder? Ja, es ist eigentlich seit, ich glaube, 1990 ist Franken Teil Bayerns, aber wird bis heute nicht wirklich anerkannt von den Urbayern. Am Ende des Tages glaube ich immer, wenn man einfach die Augen offen hält, mit offenen Augen durchs Leben läuft und einfach mal schaut, hey, wo gibt's denn Punkte, die mich persönlich nerven, wo ich viel Arbeit reinstecke, was man vielleicht automatisieren kann. Und dann entstehen genauso Ideen wie Ride oder später eben dann auch Bits & Pretzels. In München wird lieber zum zehnten Mal über ein BMW berichtet, als über ein neues, erfolgreiches Startup. Und das hat mich so gefuchst und so geärgert, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss irgendwas ändern. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie ändern wir das am besten? Und kamen dann auf die Idee von dem ersten Gründer Weißwurstfrühstück im Hofbräuhaus. Also wir haben gesagt, wir brauchen was, was zitierfähig ist, wo alle mal zusammenkommen, wo sie alle treffen, alle zusammen. In diesem großen Hofbräu in der Innenstadt, auf vier Ebenen da. Genau, genau. Da habt ihr angefangen. Genau, da haben wir angefangen. Und der größte Raum war damals für 150, 200 Leute, die wir gebucht haben. Und haben mit Mühlenot 50, 75 Leute zusammenbekommen. Wir haben nicht nur nichts verdient mit Bits & Pretzels, sondern auch bis zum letzten Jahr war das ganze Event nicht profitabel. Und das ist auch bis heute nicht unser Ziel. Also schon natürlich das ganze Event auf eine schwarze Null zu kriegen. Aber wir machen das nicht aus der Energie raus, damit Geld zu verdienen. Ja, also mir hat es letztes Mal richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, ich meine, dass ihr Stefan Raab gewinnen konntet für die Eröffnung, fand ich ja ein Hammer. Auch die Story dahinter hat er ja ein bisschen erzählt, wie oft ihr ihn genervt habt. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Genau, also das war vor allem bei uns im Team bezüglich Stefan Raab war es der Martin. Der wollte ihn unbedingt haben, oder? Genau, ein großer Fan von ihm, aber nicht nur deswegen, sondern weil er einfach auch unternehmerisch wirklich viel geleistet hat, viel auf die Beine gestellt hat. Sei es jetzt mit seiner Agentur mit Brainpool oder mit dem Duschkopf, den er ja erfunden hat, hat er ja mehrfach bewiesen, dass er wirklich nicht nur ein Showtalent, sondern auch ein Unternehmertalent ist. Absolut, ja. Und deswegen sind wir bei ihm über zwei Jahre dran geblieben und du hast recht, wir haben ihn so lange genervt, bis er irgendwann gesagt hat, okay, ich muss da hin, damit sie mich endlich in Ruhe lassen. Und genau das ist jetzt der Fall. Ich lasse ihn jetzt mittlerweile in Ruhe. Also Hartnäckigkeit zahlt sich aus, ne? Am Ende. Das definitiv. Also nicht nur im, also das ist meine persönliche Erfahrung und nicht nur bei Witz und Prats, sondern bei allem. Ich finde immer diejenigen, die an Dingen dranbleiben, die Leute remindern, die dahinter sind, die Ehrgeiz beweisen, aber wichtig trotzdem immer mit einer Sympathie. Ich sage jetzt mal, dieses Hartnäckige, Trump in Nerven führt zu keinem Erfolg, aber wenn du das immer machst mit einem Augenzwinkern oder dass einfach Leute merken, dass du es wirklich ernst meinst, dann kannst du damit definitiv Berge in Bewegung setzen. Auf jeden Fall. Ist ja am Ende auch logisch, weil ich meine so Leute wie Stefan Raab, die bekommen am Tag Dutzende Anfragen. Das heißt, man muss da irgendwo aus dieser Menge rausstechen. Zum einen, dass man erstmal initial ein deutlich ansprechendes Anschreiben formuliert, aber dann eben auch einfach dahinter bleibt. Wann war eigentlich dieser Umbruch von diesem Weißwurstfrühstück dann zu dem, was es heute ist? Und wie habt ihr das hingekriegt? Der Umbruch war, also wir haben das Gründer Weißwurstfrühstück viermal veranstaltet. Ach, viermal? War das dann einmal pro Jahr oder auch mehrmals? Alle zwei Monate. Ah, okay. Und haben dann, also beim allerersten Mal uns super schwer getan, eben Leute zu finden, die haben wir dann gefunden. Dann hat jeder, der da war, das uns seinen Bekanntenkreis erzählt, weil sie doch alle sehr begeistert waren von dem Format. Das zweite Mal war dann schon mit 120 Leuten, das dritte Mal mit knapp 200 und beim vierten Mal waren es 400. Und da war es dann für uns an einem Punkt, wo Bern und ich uns dann zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, das nimmt jetzt irgendwie eine ganz gute Form, so ein bisschen so eine Form an, wo wir gemerkt haben, wir haben einen Nerv getroffen. Und lass uns doch jetzt quasi das Ding mal ganz groß denken. Mal weg von dem Namen Gründer Weißwurstfrühstück. Ach, das hieß erst Gründer Weißwurstfrühstück. Genau, das war der Name. Und dann einfach einen internationalen Namen finden. Ja. Da hat uns der Markus sehr dabei geholfen. Also mein Co-Founder von Riot mit Bits & Pretzels. Und genau, und hatten dann eben als Bits & Pretzels gesagt, okay, lass uns das Ganze auch noch zu einem Zeitpunkt veranstalten, wo die ganze Welt eh nach München kommen will. Und das ist natürlich augenscheinlich das Oktoberfest und das zu der Zeit vom Oktoberfest machen. Und das war im ersten Jahr, da war das quasi einfach eine Parallelveranstaltung. Und danach, nach dem Jahr haben wir gesagt, okay, gut, als dann 1200 Leute kamen, wie können wir das denn noch toppen? Und dann haben wir gesagt, wir brauchen Oktoberfestzeit. Hättest du damit 2013 gerechnet, dass es zu dem wird, was jetzt wird und dass Stefan Rath bei dir auf der Bühne steht? Keinen Fall. Also, nee, nicht mal ansatzweise. Das Ding ist, glaube ich, schon bei mir oder bei uns, dass wir sehr gern sehr groß träumen. Und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Beim allerersten Gründerweißfrühstück haben wir uns verschiedene Räume angeschaut und waren unter anderem auch im Löwenbräukeller. Und als wir dort waren, das ist, wie gesagt, ein Raum für 1200, 1500 Leute, Bernd und ich, haben wir das gesehen und haben gesagt, wow, das ist uns zu groß, aber das ist irgendwann ein Ziel. Und somit hatten wir quasi immer da das Ziel, irgendwann in den Löwenbräukeller zu gehen. Und als wir in den Löwenbräukeller waren, haben wir uns dann die Messe angeschaut und waren in diesen Riesenräumen. Da haben wir auch gesagt, wow, das ist ein Traum, da irgendwann zu sein. Und heute fühlt sich das für uns ganz normal an, haben wir aber wieder neue Ziele. Und in den USA gibt es den, oder vor allem im Silicon Valley, gibt es den guten Spruch, shoot for the stars and land on the moon. Und ich glaube, genau das ist das, was man braucht und was in Deutschland oftmals fehlt. Aber ganz, ganz wichtig ist, nicht nur shoot for the stars, sondern wenn du das dann auch machst, dann aber auch exekutieren wie eine Maschine. Ja, Wahnsinn. Also ich finde das wirklich bewundernswert, was ihr da auf die Beine gestellt habt, weil ich es ja auch im letzten September erstmalig auch selber erlebt habe. Schon in der U-Bahn waren Leute, die ja mit mir zu euch gefahren sind und die hatten dann ihre Badges oben am zweiten Tag dann. Und dann bin ich gleich mit denen ins Gespräch gekommen und alle waren irgendwie so, yeah, wir fahren jetzt zu Bits and Pretzels. Und da war in der U-Bahn schon direkt richtig gute Stimmung. Und wenn ihr das hinbekommt, dass schon außerhalb in der Stadt diese Stimmung ist, ich glaube, dann habt ihr echt einiges geschafft. Definitiv. Und das ist einfach was, was ja sehr einzigartig oder man bei wirklich wenigen Konferenzen erlebt ist, dass man Teilnehmer hat, die das Event und das ganze Festival so mittragen und so mit unterstützen. Und wie gesagt, bei den Online-Marken, den Rockstars, als auch bei uns, merkt man einfach, dass das ein Herzblutprojekt ist. Und dass es dann nicht darum geht, in erster Linie Profit zu machen, sondern dass es darum geht, was zu bewegen und ein Event zu bauen. Und das ist vor allem immer unser Anspruch, wo wir selber gerne hingehen würden. Also wir stellen uns immer die Frage, was würden wir denn gerne erleben? Was hätten wir denn wir gerne? Und ab und an kommen dann auch immer wieder mal die Spielkinder in uns durch. Eine Idee, die wir bis heute noch nicht umgesetzt haben, aber die vor allem der Bern gerne hätte, ist eine T-Shirt-Kanone. Also Bern würde super gerne eine T-Shirt-Kanone haben. Ich zum Beispiel hätte super gerne einen Kamerakran. Dann würdest du einen Kamerakran haben. Bis heute ist mein Ziel, einen Kamerakran zu haben. Ich hoffe, mein Team hört das und ermöglicht mir das in diesem Jahr. Dann brauchen wir aber auch die T-Shirt-Kanone für Bernd. Ja genau, weil bisher wurde leider immer dann aufs Budget geguckt. Ansonsten, ich meine, Felix war auch ein Riesenfan vom Bierkarussell, vom Riesenrad. Das ist geil! Das Bierkarussell, das habe ich richtig gefeiert. Also was ich mich vorher schon gefragt habe, Andreas, bevor ich dich mitgenommen habe, habe ich gedacht, guck mal, jetzt hat er Ride gegründet, ist da bestimmt auch richtig involviert. Dann Bits & Pretzels, eines der größten Startup-Events. Und dann schreibe ich dir eine E-Mail und du antwortest mir eine Minute später. Das hat mich beeindruckt. Ich freue mich. Wie kriegst du sowas hin? Erstmal diese beiden Sachen. Dann gibt es eine Antwort und das ist, ein sensationelles Team zu haben. Aber am Ende des Tages ist es dann auch so, dass wir alle das, was wir tun, auch wirklich, jetzt schon haben wir gesagt, leben, da einfach Herzblut haben und deswegen auch Lust haben, am Wochenende, wann auch immer, zu Unzeiten, den Laptop aufzumachen, auf dem Handy zu schauen, hey, was passiert gerade, wo schreibt mir gerade jemand und dann einfach auch schnell zu antworten. Und das ist einfach auch was, was ich in meiner Arbeit bei Bits & Pretzels auch erlebe, dass er auch bei anderen ist. Ein Reed Hastings, CEO von Netflix, den habe ich am Sonntagmorgen angeschrieben, vor zwei Jahren, der hat innerhalb von zehn Minuten selber direkt geantwortet. Am Sonntag. Und das ist einfach was, was ich in sehr, sehr vielen Situationen bei sehr, sehr vielen Leuten erlebe, die sehr erfolgreich sind, dass sie einfach unfassbar schnell auf Dinge antworten und sofort versuchen, Dinge anzustoßen oder dann auch Leute aus dem Team mit dazu zu nehmen, um es dann eventuell ins Team zu verteilen. Egal wie, aber es passiert einfach eine schnelle Reaktion. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben nämlich mit den Rockstars, mit Philipp, einen Deal, dass wir uns jedes Jahr gegenseitig helfen. Und das sieht so aus, dass quasi unser Team von Bits & Pretzels jetzt, ich glaube, am Sonntag oder Montag nach Hamburg gefahren ist und direkt mit anpackt. Ach, richtig mit anpacken? Genau, und wir im letzten Jahr auch drei Leute von den Rockstars bei uns hatten, die uns die letzte Woche geholfen haben. Das ist cool. Das heißt, ja, ihr seht euch richtig auch als Team. Ihr seht euch jetzt gar nicht als Mitbewerber, sondern das ist eine Gemeinschaft. Ihr sagt, lass uns gemeinsam sowas in Deutschland groß machen. Exakt, also als Wettbewerber überhaupt nicht, sondern wie du sagst, eher als gemeinsames Team. Ich stehe auch regelmäßig in Kontakt mit Philipp, wie wir uns gegenseitig noch besser helfen können, wie wir voneinander lernen können, weil genau wie du sagst, genau darum geht es, in Deutschland was zu bewegen. Wir sind weit weg von einem Punkt, wo wir sagen, es gibt genügend, sondern es sollte noch so viel mehr entstehen. Und deswegen auch an alle, die vielleicht zuhören und Ideen haben an Eventformaten, macht das unbedingt sehr, sehr wichtig. Ja, das finde ich cool. Ich weiß nicht, inwieweit du nachgeschaut hast, aber wir organisieren ja in Bremen auch ein Startup-Event, was immer größer wird. Okay, hatte ich jetzt auch noch gar nicht auf dem Schirm. Aber vor 2015 habe ich mal angefangen, einfach ein paar Gründer zusammenzuholen. Da waren dann 50 und dann drei Bremer Startups, die was präsentiert haben. Und dann ging es so wie bei deinem Frühstück, alle zwei, drei Monate. Dann kamen immer mehr Leute dazu, die unterstützt haben. Jetzt sind wir auch schon ein kleines Team. Und im letzten November hatten wir über 400 Leute da. Ja, und da waren dann zum Beispiel hier die Gründer von Wingley aus Paris sind eingeflogen. Und der Felix unterstützte ja. Ja, das war schon eine coole Veranstaltung. Wie du sagst, die Geschichte kommt mir bekannt vor. Aber genau so ist es auch. Man fängt halt einfach mal an in einem kleinen Modus. Auch wenn du mal von Herzensangelegenheit sprichst und so. Bei mir ist das Gleiche. Ich finde das total cool, in Bremen was zu bewegen. Das ist, glaube ich, nochmal anders als München, Hamburg oder Berlin. Da ist, das hat niemand auf dem Zettel drin. So entstehen die besten Ideen. Und wenn wir dir da irgendwo helfen können bei deinem Event, dann gib mir auch gerne Bescheid. Ja, cool. Das freut mich. Ich habe da eine Menge mitgenommen und merke, wie du dafür brennst. Und immer von Herzblut sprichst du auch. Ich habe es schon spüren können, als ich da war. Aber jetzt nochmal von dir persönlich, das so detailliert zu hören, merke ich wirklich, was es für dich bedeutet, Bits & Pretzels. Ja, Leute, und ich kann euch nur empfehlen, geht in diesem Jahr zu Bits & Pretzels. Schaut euch das an. Wir sind raus. BAM!